Ja, wegen dir! Wegen wem denn? Wegen dir! Warum? Warum wegen mir? Warum wegen mir? Wer war's denn? Lag das jetzt so? Wer? Hab ich dir gesagt, ich will da runter. Okay. Ich hab voll ziemlich ficken. Wer ist Ansagen-Dropper? Ich, 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 ich. Aha, aha. Und zwar kommt er nach vorne. Panikfilm! Oh mein Gott, Junge. Was will ich springen? Warte doch mal! Was passiert hier? Was machen wir hier? Egal! Egal, zieh, zieh! Okay, rauf, rauf, rauf! Ihr wisst, das wird vom Checkpoint wieder starten, ja? Marcel! Okay, Moment. Alter. Bleibt das? Okay, einfach los, komm. Und? Okay, eins, zwei, drei. Das schaut uns gleich. Alter, das geht, eins, zwei, drei! Weiter, los, 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 los! Wir müssen uns ballen, wir müssen uns ballen! Eins, zwei, drei! Oh Gott, oh Gott! Weiter, weiter, weiter! Ich kotze. Ich kann das nicht. Nein, nein, nein! 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 Ey, ganz im Ernst! Wie könnt ihr? Wir können was, Pifi? Naja, nichts, keine Ahnung. Habt ihr mal zu viel Takaai? Ich bin einfach ein Fan von Cheaten auch. Ich liebe Betrügen. Noch eine Stunde für Takaai. Habt ihr noch Lust? Ich bin so auf dem Sack gerade alles. Wollt ihr abbrechen? Wollt ihr cheaten? Wollt ihr cheaten? Ich cheate? Wow! Nein, nein, nein! Wenn du das jetzt machst, dann sag ich dir, ist das nicht nur ein Verrat ans Spiel, sondern verrat an alle, die zuschauen, verrat an uns selber und verrat an jeden Einzelnen! Aber es ist doch Trainingslager, Asta! Wir haben gesagt, es ist Trainingslager! Wo warst du Trainingslager? Emotional! Wir spielen das Spiel und haben eine Herausforderung! Nee! Und nur weil es ein bisschen schwer wird, fangen wir plötzlich an, jetzt irgendwie unsere ganzen Prinzipien über Bord zu werfen! Ich hatte nie welche! Ich schon! Ja! Die werden dir im Trainingslager aber auch abtrainiert. Weil es geht hier um die Gruppe und nicht um den Einzelnen. Das ist kein scheiß Trainingslager! Das ist der Checkpoint! Die Ärger! Oh! Ich bin Furke! Das Einzige, worauf ich warte, ist, dass sich jemand verspricht, damit ich reingehen kann! Weil das ist das Einzige, was ich kann! Boah! Ey! Lass uns einmal weitermachen! Oder wir gehen raus! Mir ist es scheißegal! Ich ärgere mich jetzt über das Game! Wenn ich das Game ausmache, ärgere ich mich dann im Nachhinein! Für mich ist das kein scheiß Unterschied! Ich sehe uns eigentlich auch in League of Legends, Junge! Ich verpiss dich mal, wenn man dort hat! Nein! Spring! Nein! Wir sind die Besten! Freut ihr euch überhaupt? Ja! Fuki, sag mal was zur Gruppe, was aufmuntert! Let's go now, man! Okay! So! Okay, was heißt, beim nächsten Mal! Und jetzt hinterherlaufen, ja? Ja! Nein! Boink! Okay! Boink! Oh! Oh mein Gott! Junge, ich war einfach Spider-Man-Reflexe! Alles gut, Jungs! Alles gut, Jungs! Das waren Spider-Man-Reflexe, Digga! Da müssen wir aber auch nicht springen! Schnelle drei Sekunden! Okay, nach dem nächsten Turn! Okay, nach dem Turn jetzt! Wir springen nach dem Turn! Ach das! Oh mein Gott! Das ist perfekt! Spring! Spring! Okay! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten! Eins, zwei, drei! Okay! Dann gehen wir dazwischen! Nachdem der jetzt kommt, ja? Aber wohin gehen wir denn dann? Wartet, wir müssen erstmal gucken! Was ist dumm? Ey, was ist der Fick? Was ist dumm? Warte doch mal kurz! Warum denn dumm? Anders geht's nicht! Können wir erstmal abklären, wo wir hingehen dann? Der Uhrzeiger sind! Ja, aber wo? Uhrzeiger sind! Ja, mit welchem Ziel? Das ist wie ein Kreis, das wäre bloß andere Seite! Okay! Du kannst ja nicht dagegen laufen! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Wo willst du denn springen? Ich will wissen, wo ihr wieder aussteigen wollt! Kommt doch her! Mach da einfach euren Scheiß, okay! Ich folge euch! Oder? Warte! Ein dreckiger Lemming, ist mir scheißegal! Warte, warte! Ja, mach das! Ne, mach doch einfach! Ach doch, wird schon gehen, Jen! Ja, da hinten auf die kleine Stingens da und dann geht's die Truppe hoch! Ja, klar! Wir springen jetzt hier aber gleich! Warte! Eins! Zwei! Los! Lauf! Oh Gott! Ich bin dazwischen! Ich bin dazwischen! Ja, nehm ich einfach mit! Nimm ich mit, nehm ich mit! Ich sag doch die Gewarte, Junge! Leute, ist doch alles gut! Ja, ist doch gut! Ja, ist doch gut! Doch! Da hinten ist Rom! Warte mal, wir lassen uns einzeln! Hallo, hallo! Was? Da hinten! Warum? Wir müssen damit fahren, damit wir das wegschieben können! Alter, der hat schon geguckt, YouTube! Alter! Furky einfach Freifassen! Der Chat! Nee! Ich glaub, dass Furky so schlau ist! Oh nein, wer fährt's? Jen! GG! Ja, du kannst durchfahren, oder? Ja, warte! Einfach Unimog! Vielleicht müssen wir das sogar noch benutzen! Kabelstapler, Jen! Ja, dann was machen wir random, ne? Jaja! Ja, na klar! Was macht ihr denn? Ja, egal! Was machen wir? Wir versuchen es einfach! Was wir machen, ist es zu versuchen! Okay, okay, okay! Okay? Jetzt! Natürlich! Also, das ist so sicher... Wir schauen sie- Was macht ihr denn da? Ey, was macht ihr denn da? Ey, ich dachte, ich mach das jetzt! Was macht ihr denn da? JETZT! JETZT! Ok. Ok, komm runter! Ey, Leute, was macht ihr denn da? Hey, Leute! Warte! Nochmal von vorne! Ich bin gar nicht wieder da. Lass fallen. Lass fallen. Okay. Ab jetzt. Richtig. Lass fallen. Lass fallen. Wir müssen uns hier absprechen. So geht das nicht. Checkt ihr es nicht. Ihr müsst die Dinge gleichzeitig machen. Ja, aber was? Nee. Was macht noch Spaß? Nee, wirklich? Nee. Hey Alter, wir haben es die ganze Zeit nicht getränkt. Das Ding ist jeder. Der ist non-sup. So weiter. Trotzdem hat der recht. Zu Arogan. Nur die Subs haben recht. Ich bin hier das Arschloch. Ganz Maul, man. Der Typ hat sich die... Ich leck seine Eier, wer das auch immer ist, Digga. Alter. Alter. Okay, dann springen wir jetzt gleichzeitig. Nee. Okay, Holz, Holz, Leute. Holz. Holz. Und äh... Ja. Einfach laufen eigentlich. Einfach laufen. Jeder kümmert sich um sich. Okay. Ich bin blöd geworden, Junge. Ich drehe mich. Mach weiter. Mach weiter. Warten. Okay. Und wir springen jetzt. Warten jetzt. Warten jetzt. Und wir springen jetzt. Warten jetzt. Ja, mach einfach. Wow, Puma, danke für den Sub, ey. Danke. Alter, Jen. Komm runter jetzt. Der einzelner Sub macht da nichts mehr. Der geht nicht mehr hoch. Oh, Maxiwi, danke für den Frame, ey. Digga, Maxiwi, Digga. Ja, aber es ist schön zu wissen, dass man nicht ganz an den Anfang fliegen kann. Wenn wir dumm sind, dann fliegen wir auch ganz am Anfang. Wenn der nächste jetzt gleich kommt. Wenn der nächste jetzt gleich kommt. Jetzt. Warten. Jetzt. Warte. Jetzt. Warte. Jetzt. Warte. Du hast so'n scheiß Glück. Die Ansagen sind nämlich genau die gleichen. Nein, das ist nicht. Das ist einfach nur. Die Ansagen waren genau die gleichen. Jeder, warum kannst du nicht einmal einmal... Man hat sich grad nur zusammengerissen. Du kannst nicht einfach einmal sagen. Du kannst besser ansagen als dich. Du kannst nicht, Junge. Ich hoffe, der Kai verliert heute. Mein Gott. Alter. Das war'n Spaß. Das war'n Spaß, Fuki. Das war wirklich'n Spaß. Was hat er denn gesagt? Ich hoffe. Ich hab' gar nichts gesagt, Jen. Sag mal, sag mal. Warum stellst du dich vor meinen Cameras? Hör auf damit. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Hör auf. Hört auf. Komm, wir machen weiter. Die haben gar nichts gehört. Alles gut. Alles gut. Ich hab' gar nichts mitgekriegt. Was hast du gesagt? Ich hab' gesagt. Mein Wester. Du bist halt der Wester. Okay, jetzt geh' auch hier. Der Kai verliert, hat er gesagt. Ich bring' jetzt hier runter. Ich schaff' das nicht. Nein! Ich nehm' euch mit. Nein! Fuki!